Nachdenkseiten Die kritische Website Hilferuf Ukrainischer Geheimdienst macht Jagd auf Oppositionspolitiker und Nachdenkseitenautor Maxim Goldab Ein Brief an die Nachdenkseitenredaktion von Maxim Goldab Seit Februar 2023 verfasst der ukrainische Oppositionelle und Jurist Maxim Goldab Union der linken Kräfte regelmäßig für die Nachdenkseitenartikel zur Lage in seiner Heimat unter der Rubrik Stimmen aus der Ukraine Er schrieb unter anderem über Korruption im Verteidigungsministerium zunehmende totalitäre Tendenzen die brutale Verfolgung jeder Art von linker Opposition die voranschreitende Auflösung des Rechtsstaates und sprach sich für Friedensverhandlungen aus Nun erreichte uns ein Hilferuf von ihm in welchem er schildert wie nach der letzten Veröffentlichung bei den Nachdenkseiten der ukrainische Geheimdienst SBU seine Wohnung durchsuchte und die Staatsanwaltschaft ihn wegen Informationstätigkeiten zugunsten des Aggressors angeklagt hat Wir dokumentieren sein Schreiben im Wortlaut Lieber Florian Warweg, liebe Redaktion der Nachdenkseiten Ich bin Ihnen und Ihrer Publikation dankbar, dass Sie meine Artikel unerschrocken veröffentlicht haben obwohl die westlichen Regierungen und die meisten Medien eine Politik des Schweigens über die tatsächliche Situation in der Ukraine betreiben Vor kurzem haben Sie meinen Artikel darüber veröffentlicht dass in der Ukraine alle, die mit der Regierung nicht einverstanden sind zu Staatsverrätern erklärt werden Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung dieses Artikels am 12. Oktober 2023 führte der Sicherheitsdienst der Ukraine, SBU eine Durchsuchung in meiner Kiewer Wohnung durch bei der persönliche Gegenstände und die Rentenersparnisse meiner Eltern beschlagnahmt wurden da die Strafbehörden nichts Illegales finden konnten Dann haben der Sicherheitsdienst der Ukraine und die Staatsanwaltschaft als ob sie dem Algorithmus folgten den ich in diesem kürzlich erschienenen Artikel erwähnt habe mich in Abwesenheit angeklagt weil ich angeblich Informationstätigkeiten zugunsten des Aggressors begangen und eine Aggression gegen die Ukraine gerechtfertigt habe Dem Gericht wurde ein Antrag auf meine Verhaftung und Einweisung ins Gefängnis übermittelt Gleichzeitig wurde mir das Verdachtsdokument selbst nicht gemäß dem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren ausgehändigt und nicht zugestellt wodurch meine Rechte auf Verteidigung grob verletzt wurden Was war die Grundlage für den SBU und die Staatsanwälte um eine so schwere Anschuldigung zu erheben? Ernsthafte Beweise für meine Schuld Wie operative Daten, nicht klassifizierte Informationen Ergebnisse von Zeugenbefragungen Ergebnisse von Telefonabhörungen und Durchsuchungen? Nein Vielleicht Spionage, Sabotage, Staatsstreich, Mord, Korruption? Auch nein Denn das war nicht der Fall und könnte es auch gar nicht sein Als Jurist, als Anwalt bin ich immer ausschließlich im gesetzlichen Rahmen tätig Aber heutzutage braucht man in der Ukraine keine Schuldbeweise mehr um Oppositionelle strafrechtlich zu verfolgen Es genügt in sozialen Netzwerken Äußerungen über die Ursachen und Folgen des Krieges in der Ukraine zu veröffentlichen, die von offiziellen Positionen ukrainischer Behörden abweichen Worüber habe ich also in meinen Artikeln, Beiträgen in sozialen Netzwerken, Reden und Interviews gesprochen? Ich habe über die Notwendigkeit einer sofortigen Einstellung der Kampfhandlungen und den Beginn von Friedensgesprächen gesprochen Ich habe über die sich anbahnende nukleare Katastrophe geschrieben Ich habe auf die Nutznießer des Krieges in der Ukraine hingewiesen in erster Linie auf die Oligarchie und den militärisch-industriellen Komplex Ich habe über die unvorstellbare Korruption in der Ukraine und insbesondere im Militär geschrieben Ich habe über das Aufblühen des Neonazismus in meinem Land gesprochen Ich habe historische Parallelen gezogen, um sie mit den heutigen Umständen zu vergleichen Ich schrieb und sprach über all das, was in der Ukraine, in den Vereinigten Staaten, in Europa und überall auf der Welt schon lange bekannt ist Doch in der heutigen Zeit ist eine solche Meinungsäußerung in der Ukraine ein Gedankenverbrechen Eine schwere Sünde in den Augen der gegenwärtigen Regierung weil Dissens, Objektivität und Wahrheit die Grundlage ihrer Macht untergraben Dies wird in der heutigen Ukraine mit der obligatorischen Verhaftung ohne Haftbefehl bis zu 15 Jahre Gefängnis und der Konfiszierung des gesamten Eigentums geahndet Meine politisch motivierte strafrechtliche Verfolgung ist ein bezeichnendes Beispiel für die Gesetzlosigkeit und die systematisch aufgebaute repressive Politik des Zelensky-Regimes die meiner Einschätzung nach auf die vollständige Vernichtung von Dissens und Opposition in der Ukraine und der Errichtung einer Diktatur abzielt Unter den gegenwärtigen Bedingungen, wenn die Opposition in der Ukraine verboten und verfolgt wird wenn die ukrainischen Oppositionsmedien geschlossen sind die Verbliebenen nur noch offizielle Propaganda verbreiten wenn das Gesetz in der Ukraine nicht gilt und die Menschenrechte von den Behörden systematisch und demonstrativ verletzt werden ist die Unterstützung und gegenseitige Hilfe von anständigen und aktiven Menschen unerlässlich Heute brauchen ich und die Ukraine als Ganzes mediale und menschliche Unterstützung wie nie zuvor in welcher Form sie auch immer zum Ausdruck kommen mag Erstens Veröffentlichung dieses Schreibens Zweitens Unterstützung bei der Verbreitung dieser Informationen in allen möglichen anderen Massenmedien Drittens Appell an Menschenrechtsorganisationen, die Regierungen und Parlamente Deutschlands, Österreichs und anderer Länder sich der Kampagne zur Verteidigung der Redefreiheit und der Demokratie in der Ukraine anzuschließen Viertens jede andere Form der Unterstützung, die sie für möglich halten Vielen Dank, mit besten Grüßen Maxim Goldarb, Vorsitzender der Partei Union der Linken Kräfte für einen neuen Sozialismus Hintergrundinformationen Hintergrundinformationen zur Person von Maxim Goldarb und der Partei Union der Linken Kräfte Maxim Goldarb ist aktuell Vorsitzender der Union der Linken Kräfte und war vor dem Maidan-Putsch leitender Rechnungsprüfer und Kontrolleur der Finanzen des ukrainischen Verteidigungsministeriums Die Union der Linken Kräfte ist eine 2007 gegründete ukrainische Oppositionspartei die sich am demokratischen Sozialismus orientiert und unter anderem zum Ziel hatte die ausufernde Privatisierung strategischer Staatsunternehmen sowie den Verkauf landwirtschaftlicher Flächen an ausländische Großkonzerne zu stoppen sowie die Ukraine geopolitisch neutral auszurichten Zudem setzt sie sich für Russisch als zweite Amtssprache und eine Stärkung des ländlichen Raums ein Diese Ziele reichten aus, dass die Partei zusammen mit weiteren linken Parteien am 17. Juni 2022 verboten und ihr gesamtes Vermögen enteignet wurde Ihre Mitglieder arbeiten seit diesem Zeitpunkt aus dem Untergrund oder Exil heraus Einige ihrer Führungspersönlichkeiten wurden in den letzten Monaten entführt und gelten seitdem, wie beispielsweise der Parteigründer Vassilio Volga, als spurlos verschwunden Anmerkung der Redaktion Maxim Goldab bezieht sich in seinem Schreiben explizit auf Florian Warweg da dieser in unserer internen Abteilung der Betreuung der verschiedenen Gastautoren redaktionell für Herrn Goldab zuständig und daher sein direkter Ansprechpartner ist Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Und Sie können uns über dieasts Все gewinnen und die Nachdenkseiten mit einer anderen Seite Und Sie können uns überhaupt nicht mehr anschauen, denn Sie können uns über die Seite Inhalte Inhalte